Hallo liebe Gemeinde, ihn da habe ich euch ja schon gestern auf der Straße, nämlich auf der Paul-Heise-Straße kurz vorgestellt. Paul Heise ist ein deutscher Schriftsteller, hat dann lange in München gelebt, der 1910 als erster den Literatur-Nobelpreis für belletristische Werke erhielt. Theodor Mommsen hatte ihn zuvor für geschichtliche Werke bekommen. Na und der ist heute jetzt ein bisschen vergessen, deshalb dachte ich, ich lese euch einfach mal was vor. Und das verbinde ich mit einem kleinen Appell. Also ich lese die berühmte Novelle La Rabiata von Paul Heise vor, die interessant ist, auch gut geschrieben ist, auch ein bisschen erschreckend ist. Naja, macht euch selbst ein Bild. Ihr könnt sie hier in voller Länge tatsächlich in mehreren Teilen als mehrere YouTube-Videos auf YouTube angucken. Da ist natürlich Werbung dazwischen. Das ist so kalkuliert, dass das immer wieder unterbrochen wird und dann ist Werbung. Tut mir leid, das ist ein bisschen nervig, wenn ihr euch es angucken wollt, aber es gibt eine Alternative, meine Lieben. Ich werde ja nicht müde zu erzählen, dass es die Weltliteratur-Community auf Steady gibt. Steady ist eine Plattform, auf der KünstlerInnen, PublizistInnen unterstützt werden von ihrer Community. Einfach, weil die Community will, dass die Künstler und Creator ihre Arbeit weitermachen. So auch ich. Also, ihr wisst, ich stecke viel Zeit in diesen YouTube-Kanal, versuche Literatur zugänglich zu machen, jetzt auch mal auf diese Weise. Wenn das gut ist, dann machen wir das auch wieder hier, solche Lesungen. Aber das kostet viel Zeit und die Werbeeinnahmen, die ich über YouTube erziele, sind erstens nicht so wahnsinnig hoch und zweitens nicht so wahnsinnig zuverlässig. Ja, das ist sehr volatil, je nachdem, was YouTube einnimmt und die Preise für die Klicks, die da erzielt werden, sind keineswegs immer gleich hoch. Deswegen wäre es mir ein großes Anliegen, wenn die eine oder der andere von euch mich einfach noch unterstützen würde auf Steady in der Weltliteratur-Community. Warum solltet ihr das tun, neben der Tatsache, dass ihr mir wohl wollt und wollt, dass meine Arbeit weitergeht, weil ihr etwas dafür zurückbekommt? Erstens, Kontakt zu mir. Es gibt einmal im Monat einen Hangout, bei dem wir uns in einem Zoom-Raum treffen, miteinander quatschen über Gott und die Welt, natürlich über Bücher, über das Lesen, über die Videos im Kanal, darüber, wie es im Kanal weitergeht. Aber wir nehmen uns auch immer was zu lesen vor. Übrigens, fürs nächste Mal nehmen wir uns vor, zu lesen diese wunderbare Graphic Novel hier in der Haut eines Mannes. Das ist das erste Mal, dass wir über eine Graphic Novel sprechen und es ist ein sehr interessantes Buch. Ja, tatsächlich handfest erotisch an manchen Stellen, aber hat auch, sagen wir mal, ein Anliegen im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit und des Feminismus. Sehr lesenswert, kann ich nur empfehlen. Wenn euch das interessiert, werdet doch Mitglied. Ja, ab drei Euro im Monat. Und ihr bekommt noch andere Dinge. Es gibt zum Beispiel Let's Reads, die exklusiv für die Mitglieder der Community sind. Und dieses von mir jetzt eingelesene Werk von Paul Heise, La Rabiata, gibt es dann auch in einem Video und ohne Werbung für die Mitglieder der Community. Es gibt nicht alle Videos ohne Werbung, aber diese Let's Reads sind ohne Werbung. Und darüber hinaus mache ich auch immer wieder Kreativaufgaben beispielsweise. Die sind nicht für alle, da müsstet ihr ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Das ist jetzt mehr für die Zielgruppe von Lehrkräften, LehrerInnen, die sich für kreativen Literaturunterricht interessiert. Und natürlich könnt ihr auch meine Skripte nachlesen. Da muss ich auch mal wieder updaten, fällt mir bei der Gelegenheit ein. So, das wollte ich mal erzählen. Also, selbstverständlich gibt es meine Videos und solche Dinge wie hierher auch weiterhin auf YouTube, da allerdings mit Werbung. Und wenn ihr könnt, seid ihr herzlich eingeladen, mich auch bei Steady mit einem kleinen monatlichen Betrag zu unterstützen. Wäre auch ein nettes Geschenk vielleicht für die eine oder andere Person, die ihr kennt, die sich für Bücher interessiert und sich auch mal gerne darüber mit anderen austauscht. Denn das finde ich eigentlich das Schönste, den Kontakt zu den Leuten, die sich interessieren und die einfach sehr freundlich sind und mit denen ich mich gerne unterhalte. So viel für heute als kleines Intro zu La Rabiata von Paul Heise und bis zum nächsten Mal. Tschüss!